Schaltstrategie und Schaltfunktion des vollautomatisierten Schaltsystems MAN Tipmatic werden passend zur jeweiligen Fahrsituation dem ausführenden Schaltmodul vom Tipmatic-Steuergerät vorgegeben. Zur optimalen Anpassung der Funktionscharakteristik an den Fahrzeugeinsatz sind verschiedene Softwarevarianten verfügbar. Die Softwareversion Offroad bietet zusätzliche Funktionen, welche besonders im Baustellen- und Geländeeinsatz vorteilhaft eingesetzt werden können. Über die zusätzliche Stellung DX am Tipmatic-Drehschalter kann beim Geländebetrieb eine geänderte Schaltstrategie mit schnelleren Schaltzeiten und höheren Schaltdrehzahlen angewählt werden. Der eingelegte Gang wird länger gehalten, um unnötiges Hin- und Herschalten bei nahezu gleichbleibender Geschwindigkeit zu vermeiden. Beim Anfahren in Stellung DX steht ein höheres Drehmoment zur Verfügung. Das schnellere Öffnen und Schließen der Kupplung ermöglicht darüber hinaus bei festgefahrenem Fahrzeug ein Freischaukeln des Fahrzeugs. Tipmatic Offroad ist für alle Allradfahrzeuge sowie Fahrzeuge der Achsformel 6x4 und 8x4 verfügbar. An Billie Spirit Anlie하시는 Anliee Untertitelung des ZDF, 2020